es doch die sind völlig unkontrolliert die einheit völlig außer scharant und Bann na ja, ernsthaft, die rennt dorthin, wo es denen grad passt ach das ist boah, geht aber gut wir hauen mal jetzt alles noch weg und dann müssen wir hier drüben dann die Burg machen finde ich übrigens eine sehr schöne Funktion mit dem anzeigen, wo was ist hm, das war bei Anno noch irgendwie ja, das wäre echt nicht schlecht erleichtert die Navigation um einiges aber Anno war ja auch nicht so mehr Multiplayer gedacht ja, das stimmt hat sich aber stark dazu entwickelt bei uns ja, natürlich bei uns so die kommen hier runter so so jetzt nochmal hier die auch so krass können finde ich aber nicht schlecht ja, oder ist ja jede Burg dann machtlos die kann ja einfach sich fortbewegen gibt's noch keine mobilen Burgen ne ne ja, komm wir machen jetzt die Burg das andere Zeug lassen wir erstmal ruhige ruhige Runde da kriege ich das andere dann auch noch mit weg das sind zwei Burg so, wo haben wir den haben wir den ach, hier oben steht ja noch ne ganze Mannschaft du müssen dann aufpassen, äh Triburg schießt wahrscheinlich dann gleich auf mich befindet sich hier befindet sich hier ja, fängt an auf mich zu schießen sollte möglichst keine von meinen Triburgen treffen deine getroffen dann mach sie doch mit deinen erstmal kaputt ich komm ja dort schlechthin ohne, äh wegen Reichweite ich seh wo die Kanone ist boah die ist nochmal dann so hinter der Burg da komm ich nicht ran mit dem Bogenschutz die Burg oder die Kanone? Kanone kann mich leider aber jetzt auch nicht weiter ran ist erstmal down quasi wer? die äh Kanone na gut Gene die äh nützt mir nur wenig hm korrektus also mal da da holt er sich einfach die Reliquie hä na, vor allen Dingen wo ist mein, 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 mein Kloster hin? deins? ja oh weg schade ich hatte ja aber eins gebaut gehabt so so Burg ist weg jetzt musste aber so 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 sind dann gleich noch zwei Bogen dort also die eine oben und so die schießt auf mich, die schießt auf mich, die schießt auf mich die schießt auf mich Mist so so zurück boah boah jetzt bauen die sich auf, nur weil ich auf das Feld geklickt hab hehehe kannst aber abbrechen hey aber haben sie gleich eliminiert wo ist denn eigentlich jetzt, äh ach der läuft da hin ach ach hier unten ist ja jetzt auch Affen ja mich schmammel auch mal zu bauen alles bisschen geöffnet mhm mhm impero ein mandatum fight 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 matar 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 jetzt ich will es ach da kommt ne Mangel mach doch was ach wo ist er wo ist er wo ist er denn ne du hast du doch schon zerstört ich hab's aber gar nicht angeklickt bist du noch bei der Sache ne aber ich war grad äh umgucken bei meiner Burg so so die Burg ist ja jetzt erstmal egal in der Heimat läuft schon alles keine sorge da naja da passt nur noch 873 Gold da muss bald nachgekern wird schon nichts jetzt jetzt fight jetzt wo haben die hier stand noch nie ne Burg wo ist die Burg her hä die haben die doch hingebaut und vor allen Dingen wer ist der Burgherr total ich mach mal den Petat weg wenn der hier alles weg sprengt nein komm na Leute die Burg haben wir aber auch schon schneller fallen sehen jetzt hat er noch Petale ah da muss ja noch irgendwo ne Burg haben ja da hinten ist ja ne ne so jetzt kommt die andere Burg noch dran so jetzt kommt die andere Burg noch dran zwei ja achso ne jetzt hat er aber seine zweier achso ne jetzt hat er aber seine nur mal alle allerdings wieder weit vorrücken allerdings wieder weit vorrücken so betart 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 Ja, die Bogenschützen sind doch auf automatisch. Da kommt noch die Mange. Ja, habt ihr mal ein bisschen das Sichtfeld frei, wer der Pitat läuft dort. Verdammt. Da müssen die wachen Augen ein bisschen mehr schauen. Ja, ich muss so weit vor, ich muss die Burg angestreifen. Ja, dann geh da mit deinen Reitern schon mit hin. Ja, aber die Reiter können nichts machen, wenn da so eine Mange ankommt. Na klar, die können die Mange doch einfach weg haben. Reiter sind nur für Notfall, vor allen Dingen nicht für den Pitat, da tun sie sich ja selber weh zu werden. Nee, mach mal mit denen noch die Gebäude, weil sonst ist doch total arschlos. Betan, der rennt wieder. Oh, knapp. Unten ist noch eine Burg, sag mal, was haben denn die hier gemacht? Die haben ja alles voll auf Bogen gestellt. Wo haben die die Steine da her? Da baut gerade erst sogar ne Neue. Wo baut er ne Neue? Guck halt was. Sie wollen ja eher den Dorfbauerner wegklatschen. Ihr baut sicherlich KEINEN Neue Burg. Dafür stehe ich mit deinem Namen. Der Pitat will gar nicht zu dir. Ja, ihr habt grad schon gesehen, der ist netterweise einfach drum rum gelaufen. Drum rum gelatscht. So, wie weit ist denn eigentlich unser Kollege, der hat schon weggeschafft. Ah, gut. Boah!